Mein Name ist Ebert Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Dieses Mal mit Anja. Anja, möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Na klar. Ich bin Senior Consultant bei InnoQ. Mein Tagesgeschäft ist die Projektarbeit. Ich entwickle Backend Cloud Native Web Anwendungen, bin aber auch für Infrastrukturarchitektur und Plattformentwicklung zuständig. Genau und heute geht es um den Elfenbein und wie man den einreißt und finde ich das ein total spannendes Thema. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob es jetzt eine schlaue Idee war, den ersten Stream am Freitag, den 13. dieses Jahr zu machen. Aber wie dem auch sei, das ist immer ein bisschen gezwungen. Also übrigens, guck mal nach der Folge 13 von Softwarearchitektur im Stream. Aber das ist ein anderes Thema. So anyway, Anja, du hast, und der Charakter von dem ganzen Ding ist, dass Anja so ein paar Sachen vorbereitet hat und so ein paar Szenarien und über die reden wir gleich. Das heißt, Anja, ich übergebe dir mal die Kontrolle sozusagen. Gut, ich habe auch ein paar Folien vorbereitet. Also das Thema ist also, wie reißt man den Elfenbeinturm ein und so ein bisschen auch als Subtitel Architektur und Organisation im Konflikt. Also warum sollte das ein Konflikt sein? Es entstehen halt Probleme in einer Organisation, wenn Architektinnen sich in einem Elfenbeinturm befinden. Das sind organisatorische Probleme, Kommunikationsprobleme. Und in meiner täglichen Arbeit schaue ich dann eher von außen auf diesen Elfenbeinturm. Ich bin kein Architekturmensch innerhalb des Elfenbeinturms, kann also nicht von innen berichten, aber ich kann davon berichten, wie es von außen wirkt und was da passiert mit der Organisation. Ich modelliere zwar in den meisten Projekten Plattformen und Infrastrukturarchitektur, aber wie gesagt, immer nur aus einem Entwicklungsteam heraus. In meinem aktuellen Projekt ist es so, wir haben in unserem Entwicklungsteam zwar eine Person, die auch den Hut für Architektur auf hat, aber das ist eher so eine Rolle, die Konzepte nach außen kommuniziert und gemeinsam auch Architekturdiskussionen organisiert. Aber die Architektur wird halt innerhalb des Teams gemacht. Also daher meine praktische Erfahrung mit Elfenbeinturm rührt eher so von vergangenen Projekten, wo ich die Außenansicht erleben durfte. Und die Frage ist halt auch immer, was macht so ein Elfenbeinturm eigentlich aus? Also für mich ist es ein abgeschlossener Raum, in dem Architektinnen nur unter sich reden. Sie wollen allerdings alle Architekturentscheidungen selber treffen, habe ich das Gefühl. Also wie im Großen, die Makroarchitektur, aber auch die kleinen Entscheidungen in der Mikroarchitektur, weil sie es halt eben besser wissen. Und manchmal fordert so eine Organisation so ein Elfenbeinturm ein. Manchmal ist es aber auch ein eigenes Konstrukt, von den Architektinnen selbst herangezüchtet, einfach so passiert und auf einmal befinden sie sich in einem Turm, obwohl es keiner von ihnen erwartet oder gefordert hatte. Und solch ein Verhalten kann dazu führen, dass es zu einem gefühlten Machtgefälle kommt zwischen Architektinnen und dem Entwicklungsteam. Da passiert es auch oft, dass Entwicklungsteams dann die Architekturverantwortung gern abgeben. Habe ich auch schon oft erlebt. Sie sagen sich so, okay, da gibt es diese Architekten eine Rolle in einem Elfenbeinturm und die machen das alles. Ich muss mich halt nicht mehr verantwortlich führen. Dabei vergessen sie allerdings, dass sie halt auch weitere Verantwortung für die Mikroarchitektur haben. Und ganz wichtig, also ich finde, in einer gesunden IT-Organisation ist es sehr wichtig, Feedback zu geben. Feedback zu Makroarchitekturentscheidungen nach oben sozusagen, weil die Entwicklungsteams sind halt diejenigen, die im Tagesgeschäft mit den Konzepten, mit der Architektur arbeiten oder vielleicht sogar leiden. Und dieser Feedbackfluss muss also so bidirektional passieren, damit Architekten die nötigen Anpassungen vornehmen können. Und das passiert halt oft nicht, wenn es diesen Elfenbeinturm gibt. Deswegen nennen wir ihn halt auch irgendwie Elfenbeinturm. Und Architekten haben auch eine ganz andere Sicht. Sie bewegen sich auf so eine strategische Ebene und Entwicklungsteams fahren eher auf Sicht, was ja auch total in Ordnung ist und das ist halt deren Rolle. Das muss so sein. Und damit entfernen sich ihre Lebensrealitäten einfach ganz natürlich voneinander. Aber wie gesagt, also ich unterstelle hier niemandem böse Absicht. Das passiert einfach. Und destruktives Verhalten passiert auch ohne, dass man es beabsichtigt. Und ich habe ein paar Szenarien mitgebracht, um zu zeigen, weshalb eine Organisation davon profitieren kann, diese Elfenbeintürme loszuwerden. Wollen wir mit dem ersten Szenario beginnen? Ja, genau. Würde mich freuen, wenn du da loslegst. Gut. Ich habe dieses Szenario blinde Flecken genannt. Also stellt euch vor, es kann noch so ein kluges Makroarchitekturkonzept geben, wenn die Entwicklungsteams mit der Umsetzung alleingelassen werden. Stellen wir uns jetzt hier mal als Beispiel vor, es gibt Sicherheitslücken. Sie werden dabei eher geleingelassen, Sicherheitslücken zu erkennen und zu schließen. Stellen wir uns vor, zwei Wochen vor dem Go-Live kommt so ein Pentesting-Unternehmen und das Ergebnis zeigt, dass irgendwie alles total schlimm ist. Architekten sind da oft fein raus, weil das Team ist halt schuld. Klar, das Autorisierungskonzept könnte halt Lücken haben, aber meistens sind die Lücken, die passieren halt häufig in der Umsetzung von APIs und Konfigurationen und so weiter. Und ich glaube, wir sind uns alle bewusst, dass es halt oft in einem Entwicklungsteam ein Know-how fehlt. Vor allem zum Beispiel Security-Know-how, aber auch anderes Know-how oder auch konkrete Anforderungen. Solche Dinge wie regelmäßiges Threat-Modeling, das kann halt so ein Team nicht selber leisten. Oder klar, es gibt natürlich auch automatisierte Sicherheitschecks, die man in einer Pipeline durchführen könnte, aber das muss man halt auch erstmal aufwendig konfigurieren. Dafür braucht man halt auch Know-how, muss man sagen. Wenn man jetzt so allgemeiner über blinde Flecken spricht, dann ist es so, die Architektinnen, habe ich das Gefühl, steigen oft nicht von ihrem Turm herab, um ein Assessment zu machen, ob ihre Vorgaben auch erfüllt wurden. Also sie steigen auch manchmal nicht ab, um bei der Umsetzung vielleicht zu unterstützen. Wer sagt denn, dass sie nicht unterstützen können? Architektinnen geben damit schlussendliche Entscheidungen, die halt viele Auswirkungen haben, an das Team ab und übernehmen dadurch keine Verantwortung mehr in der konkreten Umsetzung. Weiß ich nicht, kann auch sein, dass es manchmal eine Taktik ist, dass irgendwie keiner den schwarzen Peter bekommt. Und also in diesem Szenario ist meine Aussage, der Elfenbeinturm mischt da unten beim Pöbel nicht mit. Was kann man dagegen tun? Genau. Und was ich spannend fand, war, du hattest das bei der Einführung gesagt, wir haben so ein bisschen so eine Berater-Sicht, glaube ich, auf diese ganze Geschichte. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, was man machen sollte, wenn man direkt beteiligt ist. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich mir das sozusagen anziehen wollen würde, weil diese Beraterrolle hat die Rolle, die wir beide, glaube ich, typischerweise eher spielen. Und was ich jetzt irgendwie versuchen würde herauszufinden, und die Folien, das, was du da produziert hast, ist so eine gute Vorlage dafür. Das ist ja erstmal ein erster Aufschlag von Information. Und ich würde mir die jetzt irgendwie anschauen und würde halt versuchen herauszufinden, was man da jetzt machen kann. Du hast jetzt gesagt, okay, das Hauptproblem ist irgendwie, Architekten spielen nicht mit. Das führt irgendwie zu der Frage, warum. Das heißt also, ich würde versuchen, eine Information zusammen darüber, warum die halt irgendwie nicht mitspielen. Und einen kleinen Hinweis, den du schon gegeben hast, war dieses mit dem schwarzen Peter. Wir haben die Szenarien ja auch vorbesprochen. Da hatte ich das Gefühl, dass das etwas, wie soll ich sagen, sogar noch etwas stärker betont war. Das heißt also, eine von den Fragen wäre, wie ist denn eigentlich die Fehlerkultur? Also wenn man sagt, es gibt, also Fehlerkultur positiv ist ja so, dass man sagt, okay, es ist schiefgegangen, wir lernen daraus, fertig. Fehlerkultur negativ ist, wer war schuld? Und der hat jetzt irgendwie ein persönliches Problem. Und schwarzer Peter ist ja genauso etwas, wo man sagt, das ist halt ja ein persönliches Problem. Das geht ja auf dieses Kartenspiel zurück, wo irgendwie irgendjemand am Ende halt diesen schwarzen Peter tatsächlich hat. Das ist, glaube ich, so eine schwarze Katze oder sowas. Und dadurch halt ein Problem hat. Und die Karte versucht man halt anderen unterzuschieben. Und das würde, also eine Sache, die ich halt machen würde, wäre, ich würde halt mal die Frage stellen, was waren denn die letzten großen Probleme und welche Konsequenzen hat man daraus gezogen? Und die Diskussion wird wahrscheinlich, hätte das Potenzial vorgeschoben, rational zu sein. Also dass man sagt, naja, folgende Themen sind halt irgendwie aufgetaucht und die lösen wir jetzt irgendwie. Und da wäre für mich eigentlich das Nichtgesagte oder wie es gesagt wird, vielleicht auch interessanter. Also da wird möglicherweise gesagt, okay, wir haben halt dieses Problem identifiziert, wir haben folgende Aktionen unternommen. Und wenn man merkt, dass da irgendwie Leute genervt sind oder es halt irgendwie zu so einem Konflikt kommt, dann ist das vielleicht ein Hinweis darauf, dass da halt ein Problem ist. Die andere Sache ist, genau, das hattest du hier aufgeschrieben mit den vierenden Anforderungen. Das finde ich jetzt so ein total spannendes Phänomen, denn eigentlich, genau, ich weiß nicht, wolltest du zum ersten Punkt erstmal was ergänzen zu dem? Nein, nein, zum ersten Punkt nicht. Aber was ist, wenn es halt nicht so ist, dass man sich einfach nur schützen möchte dafür, dass man irgendwie Fehler gemacht hat? Was ist, wenn es einfach passiert, zum Beispiel durch fehlende Anforderungen? Also Architektinnen haben dieses Konzept erarbeitet und es wurde umgesetzt. Und Architektinnen, für die ist es ganz normal, wenn gesagt wird, okay, das ist fertig, dann ist es fertig und alles ist gut. Vielleicht wird einfach nur verpasst, beispielsweise eine Evaluation vorzunehmen. Vielleicht bevor es sogar live geht. Erstmal eine Evaluation vorzunehmen. Man muss natürlich davor in dem Konzept auch integrieren, dass es messbare Ziele gibt oder messbare Indikatoren, die halt sagen, dass es geklappt hat oder nicht. Also sowas könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, wenn es einfach nur verpasst wurde. Genau, also das ist vielleicht ein guter Punkt. Also es könnte jetzt rauskommen, naja, Fehlerkultur ist halt supi und das Problem ist halt nicht das. Und das wäre jetzt fein. Also das sind halt so Verdachtsmomente. Und von dem, was du jetzt diskutiert hast, ich glaube, genau, das kommt ja auch irgendwie aus der, also das steht insbesondere im Titel, da steht da mit klaffende Sicherheitslücken. Und du sagst ja auch irgendwie, es ist ein Problem im Pentest. Und das, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ich als Berater reingerufen werde, weil das halt, dass das der Aufhänger ist. Dass man halt sagt, okay, der Pentest ist halt schiefgegangen. Und das führt jetzt dazu, dass man halt das Gefühl hat, dass da irgendwie etwas fundamental falsch ist. Das wäre also noch eine These, die ich halt in den Raum stellen würde. Und beziehungsweise die ich halt versuchen würde zu validieren. Und da geht es ja letztendlich um das, die nicht funktionale Anforderung beziehungsweise das Qualitätsziel mit der Sicherheit. Und Sicherheit ist halt so ein spezielles Qualitätsziel, weil das hat halt ein hohes Risiko. Wenn ich halt mit Sicherheit ein Problem habe, kann es halt sein, dass ich ein Projekt baue, was katastrophale wirtschaftliche Auswirkungen hat. Und gleichzeitig ist die Eintrittswahrscheinlichkeit irgendwie unklar. Also da müsste ja jetzt jemand diese Sicherheitslücke ausnutzen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert? Keine Ahnung. Und das macht es halt ein bisschen schwierig. Also es gibt andere Qualitätsanforderungen oder andere Probleme, die sind sozusagen offensichtlicher. Ich habe den Termin nicht geschafft. Ich habe halt die Features zu dem Termin nicht geliefert. Die Performance ist schlecht. Die Benutzer beklagen sich darüber, dass das System nicht nutzbar ist. Oder was fällt mir noch ein? Die Stabilität ist schlecht. Es ist nicht verfügbar. Da kann ich mich hinsetzen und kann halt sagen, okay, es ist nicht verfügbar. Und das ist ein Problem, was ich jetzt quantifizieren kann. Während Sicherheitsproblem kann ich, also wenn ich es quantifizieren kann, ist es zu spät. Deswegen ist es halt was Spezielles. Und der andere Punkt ist da halt, also ein Pen-Test, der keine Sicherheitslücken findet, ist merkwürdig, würde ich sagen. Also das heißt, nicht wahr? Also deswegen, und genau das ist noch das andere. Wir hatten das ja irgendwie die Woche vorbesprochen. Und es ist auch so, dass viele Produkte schlicht mit Sicherheitslücken leben. Also es gab letzte Woche, gab es, habe ich auf Mastodon, einen Blog gesehen, der halt gesagt hat, es gibt klaffende Sicherheitslücken in einer Vielzahl von Autos. Also inklusive, dass man sie halt remote anlassen kann und aufschließen kann. Und die Autos fahren halt da draußen. So zumindest die Aussage. Und das bedeutet, also wie soll ich sagen, sowas passiert halt in Umgebungen, die halt professionelle Software entwickeln und zwar irgendwie auch nicht zu knapp. Von daher, das ist jetzt, das würde ich gerne versuchen, genauer zu verstehen. Und da sind wir wieder beim selben Thema. Also wie bewerte ich das? Ist das jetzt tatsächlich etwas, was halt eine Katastrophe ist? Oder wie auch immer? Ich habe mich auch gefragt, ob man in Entwicklungsteams als Architektin halt reingehen kann und sagen kann, okay Leute, wir machen jetzt ein Threat Modeling zu diesem Konzept und ich komme mal alle drei Monate und dann wiederholen wir das. Und dann haben wir erst einmal den Grundstock an Awareness geschaffen, dass Entwicklungsteams sich dessen bewusst sind und Material haben, um damit weiterzuarbeiten. Und alle drei Monate mal einen eintägigen Workshop zu machen, das ist ja nicht viel. Und Architektinnen, also die das Know-how dafür haben, die haben die Möglichkeit, diese Zeit sich zu nehmen und damit kann man vieles vielleicht auch schon verhindern, bevor es passiert. Genau, was halt eine total valide Maßnahme ist, also nahezu eine zwingende Maßnahme, die aber jetzt zwei Sachen impliziert. Also einmal, dass das Ergebnis des Pentests tatsächlich so ist, dass dort diese klaffende Sicherheitslücke da ist. Also ich glaube, das ist schon eine Art Meta, Thema nicht. Also ich habe hier jetzt irgendwas vorliegend. Da steht halt klaffende Sicherheitslücke und ich glaube, das kommt von Dr. Haus, Patienten lügen halt notorisch. Das heißt, wenn ich nicht selber validiert habe, dass das tatsächlich objektiv so ist, dann glaube ich das erst mal nicht und dann ergreife ich halt auch keine Maßnahme. Also will heißen, ich würde jetzt erst mal versuchen herauszufinden, ist dieser Pentest tatsächlich dramatisch oder ist es so, dass irgendjemand da etwas eskaliert, was nicht eskaliert werden müsste. So und dann könnte ich die Maßnahme ergreifen, wobei hier jetzt noch steht, es gibt fehlendes Know-how. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, also ich beispielsweise könnte nicht ernsthaft Threadmodeling machen mit irgendwelchen Teams. Also ich könnte es versuchen und könnte das halt amateurhaft machen und könnte es mir halt irgendwie auch anlesen, aber ich bin nicht sicher, ob ich mir das wirklich antun wollen würde. Insbesondere weil sie hier oben, wenn ich das halt irgendwie falsch mache, ist es möglicherweise schlimmer, als wenn ich es halt gar nicht mache. Und da ist also dieses Argument mit dem fehlenden Know-how, wo ich auch ehrlich gesagt ein bisschen das Gefühl habe, dass das, das würde ich halt gerne auch nochmal hinterfragen. Weil fehlendes Know-how ist eigentlich kein Argument. Also wir haben ja mehrere Kolleginnen, die sich mit dem Thema Sicherheit intensiv auskennen. Wenn ich denen sage, machen wir ein Threadmodeling, sagen die kein Thema. Und da gibt es auch überhaupt keinen Zweifel, dass die das halt irgendwie auf die Reihe bekommen. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, ich tatsächlich als Eberhard Wolf sagen würde, okay, ich gebe das mit dem Threadmodeling nicht ernsthaft hin, habe ich halt eine Handvoll an Leuten, die das halt tun. Und die tun das halt gegen Bezahlung. Und die tun das auch gegen Bezahlung für Kunden. Das heißt also, das Know-how kann man kaufen. Und da würde ich halt gerne ausschließen wollen, dass das fehlende Know-how eine Entschuldigung ist. Also okay, cool, wir sind durch den Pentas durchgerasselt, aber hey, ich kann halt nichts dafür. Ich habe halt keine Ahnung von Security. Und da können wir halt leider nichts machen. Und das ist halt, also objektiv halte ich diese Aussage tatsächlich für falsch. Weil das Know-how kann man kaufen. Das kostet halt Geld. Und dann kann man natürlich sagen, das ist es uns nicht wert. Fein. Aber dann ist nicht die Aussage, es fehlt uns Know-how, sondern die Aussage, die Priorisierung dieses Problems ist nicht so, dass wir eine größere Menge Geld in die Hand nehmen wollen, um das Problem zu lösen, was ja fein ist. Also ich will ja nicht diese Probleme priorisieren für den Kunden, sondern ich will ja nur versuchen herauszufinden, ob dieses Problem wirklich ein Problem ist, was gelöst werden soll. Und wenn die Aussage halt indirekt ist, ist es halt nicht, weil wir wollen nicht das Geld in die Hand nehmen, um uns dort professionelle Hilfe zu holen. Dann ist das halt fein. Also ich muss das System nicht verantworten. Ich muss halt nur Beratung machen. Und das ist dann eine Möglichkeit herauszufinden, ob das eben ein priorisiertes Thema ist. Und damit sind wir immer noch bei der, so ein bisschen bei der Bewertung von diesem Pentest. Okay, um das jetzt mal abzuschließen, wir haben also herausgefunden, dass Architekte im Elfenbeinturm sich dessen bewusst sein müssen, dass Entwicklungsteams Unterstützung brauchen. Und wenn es kein Security-Know-how in ihren eigenen Reihen gibt, dass sie sich das kaufen können, dass Entwicklungsteams halt gecoacht werden, weil sie eben ganz natürlicherweise das Know-how nicht haben können. Genau, das ist zumindest in diesem Fall der Aspekt oder ein Aspekt. Auch in diesem Fall, genau. Ja, gut. Wollen wir zum nächsten Szenario übergehen? Ich würde eigentlich gerne noch mal kurz so insgesamt ein Fazit ziehen, weil ich habe halt das Gefühl, dass wir, also ich zumindest, implizit dort Dinge tue. Also erst mal, das, was wir jetzt diskutiert haben, ist keine Lösung. Also wir sagen jetzt nicht, das ist die Maßnahme, sondern eigentlich ist das, was wir, glaube ich, diskutiert haben, im Wesentlichen Informationen sammeln. Und das halte ich eher für typisch. Und für mich hängt das damit zusammen, dass es wahrscheinlich mehrere Gründe gibt, warum es hier ein Problem gibt und auch mehrere Aspekte davon. Also wir haben ja jetzt diskutiert, es fehlt vielleicht Know-how, zumindest scheinbar. Es gibt vielleicht ein Sicherheitsproblem. Es gibt irgendwie ein Kommunikationsproblem zwischen den Teams und den Architektinnen und so weiter und so weiter. Und das bedeutet, ich würde erwarten, dass ich am Ende mehrere Maßnahmen habe, die halt auf verschiedene Aspekte eingehen. Und deswegen will ich erst mal die Situation verstehen. Und das, was ich typischer, also die Vorgehensweise, die ich hier wähle, ist eigentlich, dass ich halt mir das anschaue und sage, okay, was ist denn mir komisch und was verstehe ich nicht und wo kann ich nachfragen? Also zum Beispiel eben dieses mit dem fehlenden Know-how. Wenn man halt persönlich die Meinung hat, das gibt es eigentlich gar nicht, dann würde ich dort eben wie nachfragen. Und für mich ist das halt ein Ergebnis von dem, also eigentlich ist das für mich ein Lesson Learned. Manchmal kriegt man halt eine relativ detaillierte Auflistung von Themen, die halt irgendwie sozusagen in der Beratung gemacht werden sollen. Und ich würde behaupten, also das ist ja so letztendlich so ein Dokument, wo jetzt irgendwie fünf Spiegelstriche sind mit irgendwelchen Themen. Und ich würde halt behaupten, aus diesen fünf Spiegelstrichen kann man halt fast nie das wirkliche Problem identifizieren. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie sich hinstellt und sagt, okay, das sind also die Probleme. Ich sage jetzt, das sind die Lösungen. Also du hattest jetzt, ich fange jetzt an und sage, ich mache regelmäßige Pen-Tests, ich mache Sicherheitsschulungen und so weiter und so weiter. Das wäre ja eine Möglichkeit, um zu sagen, wir schließen aus, dass es klaffende Sicherheitslücken gibt. Das ist sicher eine valide Antwort auf das, was dort steht. Bevor ich das aber tatsächlich empfehle, würde ich erstmal versuchen herauszufinden, ob das, was da steht, tatsächlich stimmt, stichhaltig ist und ob es andere Aspekte gibt, die halt relevant sind. Denn wenn zum Beispiel diese Sicherheitslücken objektiv doch gar nicht so dramatisch sind und irgendjemand das halt überzeichnet hat oder wenn er sich irgendwie rausstellt, naja, also das Geld dafür wollen wir dann doch nicht in die Hand nehmen, da noch irgendwie tiefer reinzugrauben, dann kriege ich daraus halt Informationen, die halt vielleicht auch das wirkliche Problem hinweisen und kann dann dort eben ansetzen. Und das ist für mich so ein bisschen das, was mir zumindest aufgefallen ist, als wir uns mit dem Szenario beschäftigt haben. Gut, dann gehen wir zum nächsten. Genau, super, danke. In dem nächsten Szenario geht es um Blockaden. Der Elfenbein-Punkfall-Architektinnen hat eine perfekte Teststrategie definiert, aber blockiert dadurch das Vorankommen der Entwicklung. Mit der Aussage, bevor ihr die Teststrategie nicht umgesetzt habt, hat die Weiterentwicklung keinen Sinn mehr. Und wenn da noch Prioritäten unklar gesetzt werden, dann kann es dazu kommen, dass es keine Features mehr entwickelt werden. Hier geht es also darum, dass diese Blockaden existieren durch vermeintlich zu hohe Ansprüche, obwohl es zum Beispiel keine realistische Risikobewertung gibt. Und ich habe die Erfahrung gemacht, hier kommt es aber auch sehr stark auf das Unternehmen selbst an, auf die Organisation selbst. Wir reden ja hier auch über organisatorische Aspekte. Das heißt, so kleine Unternehmen mit eher wenig IT-Know-how, mit eigenen Entwicklungsteams oder nur wenigen Menschen. Das sind eher so Produktunternehmen, die haben eh mehr Fokus auf Features. Und da passiert das halt faktisch nicht. Ich habe es bisher noch nie gesehen. Und dann gibt es große Unternehmen, die sich viel IT-Know-how leisten können, die sich auch selbst als IT-Unternehmen verstehen. Und da kann es schon häufig zu solchen Blockaden kommen, weil es eben Elfenbeintürme gibt, die gepflegt werden. Genau, da habe ich Blockaden gesehen. Und die Aussage in diesem Szenario ist also, der Elfenbeinturm kämpft so vielleicht indirekt und ungewollt gegen die Produktwelt an, einfach weil es halt so viele Ziele gibt und die halt konträr zueinander sind. Wie kann man das lösen? Genau. Und den Aspekt, den du gerade genannt hast, du hattest das, glaube ich, im Vorgespräch gesagt, mit zu viel IT-Know-how nicht. Also dass irgendwie der Kunde sagt, okay, wir wissen, wie vernünftige Software aussieht und wir wollen dann wieder versorgen, dass irgendwie diese Software geliefert wird. Das fand ich relativ lustig. Das ist ein Symptom dafür. Also so eine Blockade ist ein Symptom für zu viel IT-Know-how. Ich fand es halt deswegen lustig, weil zu viel, also nicht, es ist in gewisser Weise richtig, aber zu viel IT-Know-how kann es eigentlich nicht geben. Es geht eigentlich darum, dass man versucht, da sozusagen reinzusteuern. Und die Frage ist halt, ob das stichhaltig ist. Und ich glaube, das andere, was halt hier relativ absurd ist, ist, normalerweise werden Features über Qualität priorisiert. Also normalerweise würde man erwarten, dass in einem Software-Entwicklungsprojekt der Druck dahin geht, zu irgendeinem Zeitpunkt irgendetwas zu liefern und nicht die Qualitätsschraube das blockiert. Also das hier ist genau das Umgekehrte von dem, was man häufig in anderen Szenarien sieht. und für mich wäre eine, also auch wieder Informationen sammeln, das heißt für mich wäre jetzt erstmal die erste Frage, welche Features sind wann nicht rechtzeitig geliefert worden? Und das kann jetzt erstmal einen Hinweis darauf geben, wie dramatisch das Problem tatsächlich ist und ob das Problem irgendwie tatsächlich existiert. Und dann ist das andere, glaube ich, und das ist auch, ist dieses Problem mit der Qualitätsschraube. Also die Qualitätsschraube ist halt ähnlich wie dieses Sicherheitsthema eine von den Qualitätseigenschaften, also die Code-Qualität, über die reden wir ja, oder die Wartbarkeit eines Systems, also Qualitätsattribut Wartbarkeit eines Systems. Daran kann man nicht beliebig drehen, denn wenn man daran beliebiger dreht, dann kriege ich halt irgendwann eine niedrige Produktivität bis hin zum Stillstand. Und das ist etwas, was für TechnikerInnen oft ganz schrecklich ist. Also in einem Projekt zu sitzen, wo irgendwie die Code-Qualität ganz, ganz schrecklich ist und man sich halt nicht bewegen kann und jede Änderung halt irgendwie ein Kartenhaus zum Einschluss bringt, das ist etwas, was, glaube ich, keine TechnikerInnen irgendwie gerne, sich gerne da drin bewegt. Und das kann irgendwie auch vielleicht Motivationsgrund sein, sich da drum zu kümmern. Genau, also man muss eine Balance finden. Also im Grunde geht es darum, eine Balance zu finden zwischen Produktanforderungen beziehungsweise zwischen Produkt und Qualität. Und dann denke ich mir, okay, wie wäre es, wenn man einfach Budgets anlegt? Zeit oder Geldbudgets, je nachdem, wie die Organisation arbeitet, mit Zeit oder mit Geldtöpfen. Und damit könnte man das so ein bisschen ausjustieren. Klar muss man das erst einmal verhandeln zwischen Elfenbeinturm und, weiß ich nicht, Produktteam, falls es so etwas gibt. Aber könnte das eine Lösung sein, um diese Balance zu finden? Wir haben da verschiedene, also es gibt so ein, wir haben verschiedene Episoden gemacht, schon mal im Stream zum Thema Technical Debt. Und das ist halt eine Möglichkeit, mit Technical Debt umzugehen und auch eine, die halt zumindest garantiert, dass da irgendetwas passiert und das halt auch gleichzeitig begrenzt. Also das könnte halt eine Lösungsstrategie sein, weil das würde ich jetzt irgendwie sagen, okay, ihr könnt halt irgendwas, 20 Prozent eurer Kapazität dafür benutzen, halt Dinge aufzuräumen. Sondern dann ist halt... Aber heißt es könnt oder müsst sogar? Also damit klar ist, dass man dieses Budget halt auch ausgeben muss, weil, also stellen wir uns vor, es gibt halt ein Budget 20 Prozent der Zeit Qualität, 80 Prozent Feature. Die 20 Prozent Zeit für Qualität, die müssen auf jeden Fall auch gemacht werden, weil es notwendig ist. Weil es kommt halt oft vor in irgendwelchen Crunch-Zeiten, okay, es kann auch sein, dass es okay ist, aber es kommt halt vor, dass seit 100 Prozent Features entwickelt werden und Technik gedeckt angehäuft wird. Es muss, finde ich, dann halt auch gesagt werden, okay, ihr müsst aber auch diese 20 Prozent ausgeben. Womit du indirekt sagst, das Problem, was ich lösen möchte, ist mangelnde Qualität des Systems. Und hier ist, das Szenario ja, riecht halt erstmal nach dem, was jetzt irgendwie auf der zitierten Folie steht, eher nach dem Gegenteil, nicht? Nach zu viel Fokus auf Qualität. So, und dann könnte man also das eher als obere Grenze machen. Also, dass man sagt, 80 Prozent sind halt Kapazität, um tatsächlich Features zu machen und maximal 20 Prozent dürfen halt für Qualität drauf gehen. So, und das, also da ist wieder die Frage nicht, welches Problem versuche ich eigentlich zu lösen. Aber mit der Problemlösung möchte ich ja nicht andere Probleme hervorreden. Deswegen, deswegen suche ich halt diese Balance, dass halt beide Parteien ihre Anforderungen durchkriegen können, ne? Genau, so. Und das bedeutet für mich, Vera, die, also die zentrale Frage, die ich mir halt stellen würde, ist, warum zum Teufel gibt es diese Entscheidung? Also, es gibt eine Entscheidung oder ein Set von Entscheidungen, was halt eine bestimmte Qualitätsanforderung an das System definiert. Und jetzt müsste man ja mal versuchen herauszufinden, warum das halt so ist. So, und das ist etwas, was generell bei jeder Architekturentscheidung halt irgendwie machbar sein sollte. Und, nicht, also sprich, eine Architekturentscheidung, die halt nicht begründbar ist, sollte man halt nicht treffen. Ja. Und, also ich bin sogar der Meinung, also ich hatte tatsächlich diese Woche eine Diskussion, wo jemand etwas entschieden hat, was ich ehrlich gesagt nicht so entschieden hätte. Aber ich fand es halt fein, weil der konnte es halt begründen. Und das ist, fand ich halt erst mal gut, ne? Und am Ende muss, muss er halt damit leben. Und, und es war halt nicht eine Sache, wo ich halt sagen würde, das ist halt vollkommen absurd. Von daher ist das halt sozusagen im Range, aber es ist eben nicht so, wie ich es machen würde. Und das ist für mich immer noch fein. So, und das wäre für mich ja halt die Frage, warum ist es denn so, dass in der Qualitätsschraube so angedreht wird? So, und da würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt. Und, ob das eben so eine rationale Diskussion ist, nicht? Also, ob man halt sagt, na ja, es gibt halt folgende Erfahrungen, die wir gemacht haben und folgende Dinge, die wir halt irgendwie vermeiden wollen. Und, da wissen wir aus vorherigen Projekten, dass wir das halt genauso machen sollen, nicht? Das wäre dann irgendwie eine Geschichte, wo man sagt, okay, ist irgendwie nachvollziehbar. Dramatisch wäre halt das, wenn er da rauskommen würde, na ja, das macht man ja heute so. Das finde ich halt eine dramatisch schlechte Begründung. Weil das bedeutet halt im Prinzip, dass man die Verantwortung abgegeben hat und nur ominös sagen kann, das ist halt so. Ich habe, das ist ein anderes Beispiel, aber ich habe vor kurzem halt in einem Kontext von Leuten gehört, die hat gesagt, bei denen halt ein Microservice nur dann ein Microservice ist, wenn er halt einige Hundertzeilen Code ist. So, und das ist halt, das bedeutet also, ich treffe eine Architekturentscheidung über die Granularität von Microservices und die ist halt nicht begründet. Die ist halt einfach begründet durch die Definition. Also, warum baue ich jetzt kleine Docker-Container, in denen nur ein paar hundertzeilen Code laufen? Weil sonst sind es keine Microservices. Welchen echten Vorteil habe ich dadurch? Weiß ich nicht. Aber es sind ja dann keine Microservices. Das ist genau ein Beispiel für eine Entscheidung, die ja nicht wirklich begründet ist. Und das würde mich hier halt einfach interessieren. Und das andere, was ich mir noch vorstellen könnte, was halt ganz interessant wäre, also, wie du es auch schon gesagt hast, es gibt wahrscheinlich zwei Fraktionen, die jetzt irgendwie in unterschiedliche Richtungen zerren. Also, ich würde erwarten, dass es halt auf der einen Seite irgendwie diese ArchitektInnen gibt, die halt sagen, wenn wir nicht auf die Qualität achten, haben wir ein großes Problem. Es gibt auf der anderen Seite irgendwie so Product Owner, vielleicht sind es hier auch EntwicklerInnen, die sich halt irgendwie blockiert fühlen. Und die sagen, nee, das ist halt irgendwie nicht so. Und mich würde einfach mal interessieren, was passiert, wenn man die halt alle in einen Raum sperrt und mal schaut, was die miteinander diskutieren. Weil das glaube ich vielleicht, also wir sind ja genau bei so einer Organisationsfolge, das würde für mich vielleicht Hinweise darauf geben, was nun tatsächlich das Problem ist. Und ja, das ist ja eigentlich das, worum es geht, also das Problem zu identifizieren und dann halt zu schauen, dass man es halt löst. Und genau an der Stelle sind wir da, glaube ich. Ja. Gut, da sind wir also schon ein bisschen bei der Kommunikation. Und das nächste Thema handelt auch von Kommunikation. Und zwar, wir als Architektinnen sind uns bewusst, dass wir Teamstrukturen feinjustieren anhand wohl definierter Modulgrenzen. Und wenn diese Grenzen, also wir haben diese feinjustiert, aber was ist, wenn diese Grenzen durch informelle Absprachen und geklüngelt aufgeweicht werden? Also so Organisationen sind ja Systeme von Menschen und dort, wo es Menschenansammlungen gibt, gibt es auch Politik. Es kommt zu Absprachen, Ausgrenzungen, gewollt oder ungewollt. Also es gibt beispielsweise in großen Unternehmen verschiedene Dienstleistende. Es gibt Unwissenheit darüber, wo die Verantwortlichkeiten liegen, wo die Kompetenzen liegen. Oder jemand glaubt einfach, es besser zu wissen und übergeht Prozesse und Strukturen. Und wenn das möglich ist, dann könnte es halt zu Problemen kommen. Und wenn diese Abkürzungen sich einschleichen, dann ist es halt auch, wie gesagt, oft halt keine böse Absicht. Aber das führt dazu, dass halt manchmal auch Dinge schneller auf den Weg gebracht werden. Und man ist sich gar nicht bewusst, dass es vielleicht ein Problem ist. Klar, andererseits kann es passieren, dass irgendwie immer mehr Leute mitmischen wollen, wollen halt dann teilhaben. Es gibt unendliche Abstimmungsmeetings. Das könnte halt so ein Symptom sein. Allerdings tut das nicht so häufig weh, weil es halt dadurch gefühlt mehr Informationsfluss gibt. Also es ist so ein verstecktes Problem. Also die Aussage ist in dem Fall, dass der Elfenbeinturm sich in falscher Sicherheit wiegt oder in falscher Gewissheit wiegt, wenn Teamstrukturen definiert werden, aber die Realität eigentlich ganz anders aussieht. Genau, dieses Szenario fand ich halt deswegen so spannend, weil ich ja erstmal sagen würde, das ist also für mich subjektiv nicht negativ. Also die, es ist im Gegenteil so, dass ich erwarten würde, dass halt Personen, die halt irgendwie in einem Projekt sitzen, zum Wohle des Projektes versuchen, auch auf informellen Wegen dafür zu sorgen, dass man halt das Projektziel erreicht. Und im Gegenteil würde ich halt argumentieren, dass halt in bestimmten Situationen es sogar, also wie soll ich sagen, ein Projekt, in dem Personen so etwas nicht tun, ist zum einen schwer vorstellbar und zum anderen glaube ich auch nicht, dass das halt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit irgendwie erfolgreich ist. Und dann kommt irgendwie noch hinzu, also nicht Menschen sind halt so, das heißt, es wird irgendwie so passieren. Jetzt ist irgendwie die Frage, also was halt erstmal zu der Frage führt, warum ist das jetzt, kann man das subjektiv negativ sehen? Und da würde ich jetzt irgendwie mich versuchen, an den verschiedenen Dingen auf dieser Folie, die hier zumindest stehen, irgendwie mal zu orientieren. Und ein Punkt, der da irgendwie drin steht, ist Kontrollverlust von Elfenbeinturmzügen. Und das bedeutet, also interpretiere ich halt so, dass halt diese Personen, die halt sagen, wir sind halt irgendwie ArchitektInnen, dass die halt das Gefühl haben, dass sie halt einem Kontrollverlust unterliegen. Und das, was ich mir hier irgendwie aufgeschrieben habe, ist, naja, entweder wir wollen selbstständige Teams oder eben auch nicht. Das heißt also, entweder wir wollen die Teams kontrollieren, dann haben wir halt Kontrolle, oder wir wollen, dass die halt irgendwie selber tun, dann haben wir halt offensichtlich einen Kontrollverlust. Das ist halt ein negative, ich würde behaupten, das ist ein, kann ein negativer Begriff für Teams sein, die in Wirklichkeit eben selbstständig arbeiten. Und was haben wir zu der Frage führt, an welcher Stelle ist das nicht mehr akzeptabel? Und also ich irgendwie muss ich ja, also das Problem ist dann, wenn der Elfenbeinturm wirklich ein Elfenbeinturm wird und wenn, wie du das am Anfang gesagt hast, ich halt von der Realität, ich also in diesem abgeschlossenen Ding bin und habe mit der Realität nichts mehr zu tun habe, weil dann ist meine Arbeit einfach sinnlos. So und dafür brauche ich eine gewisse Menge an Kontrolle. Und ich würde halt behaupten, es wird dann problematisch, wenn plötzlich überraschend Risiken auftreten. Also wenn plötzlich ich feststelle, als, also typischerweise haben wir diese Personen im Elfenbeinturm, würde ich behaupten, Verantwortung für größere Strukturen, nicht? Das hast du in der Intro ja auch gesagt. Das heißt also, was, was für diese Person negativ und zwar auch dramatisch negativ ist, ist, wenn plötzlich auf dem Schreibtisch auftaucht, hier ist übrigens ein Problem und das ist irgendwie etwas, was sich eigentlich über Monate angekündigt hat oder über Wochen und plötzlich halt auftaucht und davon habe ich halt irgendwie noch nie was gehört. Weil das bedeutet, dass etwas, was eigentlich auf meinem Schreibtisch schon länger hätte sein sollen, ist nicht auf meinem Schreibtisch. Was auch immer das sein kann, Irgendwelche Sachen, wo Teams miteinander koordiniert, sich koordinieren müssten, was ja etwas ist, was vielleicht auf einer hoheren Ebene passieren sollte und halt diese Absprachen unterblieben sind und jetzt versucht man halt irgendwie die Software live zu bekommen und man stellt fest, das funktioniert eben nicht, weil eben diese Absprache nicht passiert ist. Solche Geschichten könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Und das andere habe ich mal aufgeschrieben, wenn Architekturziele nicht erreicht werden können. Wenn ich also sage, dieses System soll eben besonders sicher sein und das ist eben nicht sicher oder wie auch immer. Also wenn eben diese globalen Ziele nicht erreicht werden können. Und das ist glaube ich so, bis zu einem gewissen Maße muss man also lernen, mit dem Kontrollverlust zu leben. Ich weiß nicht, ob das eine gute Metapher ist, aber wenn man halt so auf Schottermountainbike fährt, dann hat man halt irgendwann nicht mehr so richtig Bodenkontakt. Und das ist halt, also damit muss man halt irgendwie leben, weil wenn man es nicht macht, dann fährt man halt irgendwie wahnsinnig langsam darunter. Und das ist hier glaube ich ähnlich, nicht? Also die Frage ist halt, wie viel Kontrollverlust kann ich denn akzeptieren? Und das ist eben etwas, was Mut erfordert, nicht? Also wenn ich halt merke, dass ich halt nicht mehr so richtig Bodenkontakt habe, wenn ich irgendwo runterfahre, ist das halt eine Mutfrage. Und der Mut limitiert das. Das ist irgendwie nicht so, dass wenn ich eben dort schneller fahre und halt das Gefühl habe, dass ich halt, dass ich etwas weniger Bodenkontakt habe, dass ich dann sofort mich auf die Schnauze lege oder so, sondern das geht halt bis zu einem gewissen Maße. Das heißt, ich muss irgendwie Mut und eine Einstellung haben. Und das ist halt eine Komponente, aber es darf irgendwie nicht so weit gehen, dass ich dann eben unvorsichtig werde und da halt ein echtes Problem produziere. Ja, also wenn es auch um Umstrukturierung geht, Umstrukturierung sind halt Experimente und das muss einem klar sein. Also wie mein Kollege oder unser Kollege Gerrit Beine immer so schön sagt, Kommunikationsstrukturen sind nicht deterministisch und damit muss man umgehen und wenn man das weiß, dann ist es halt auch vollkommen okay. Und wenn halt solche Symptome auftauchen wie Überkommunikation, gibt es vielleicht andere Lösungsmöglichkeiten. Genau und für mich ist halt der wesentliche Punkt oder deswegen ist das nicht negativ oder für mich eben subjektiv nicht negativ, Ich finde es ist total fein, wenn ich irgendwie zu jemandem hingehe und sage, hör mal zu, kannst du mir mal dieses Problem lösen? Im Gegenteil, ich würde es halt erwarten, dass das ein typisches Werkzeug ist und ich finde es sogar wichtig, dass ArchitektInnen realisieren, dass es dieses Werkzeug gibt. Das ist eher etwas, wo ich das Gefühl habe, dass das nicht so klar ist. Also es wird irgendwie gemacht, aber es ist nicht reflektiert, dass das eben das ist, worüber wir hier eigentlich reden, also irgendwie so ein Kontrollverlust und deswegen finde ich das einfach ein spannendes Szenario. Achso, genau. Dann noch das andere, also das andere, was mir halt aufgefallen ist, ist, da steht halt Ausgrenzung, nicht? Und Ausgrenzung ist irgendwie auch, das ist auch etwas, was mich hellhörig werden lässt, weil das hat eine sehr stark negative Konnotation für mich. Also das hört sich transportiert für mich so etwas wie, da ist halt eine Person, die tatsächlich isoliert ist oder mehrere Personen. und also das wäre halt auch etwas, was ich gerne besser verstehen wollen würde, weil das kann im Extremfall, ist das halt ein Alarmzeichen für eine schlechte Firmenkultur. Ja, genau. Genau, mit dem Design von Strukturen und Kommunikation, also mit Strukturen möchte man ja auch vermeiden, dass es halt Ausgrenzungen gibt oder dass jeder halt seine Aufgabe hat und jeder die Kompetenzen ausführt, die er oder sie hat oder Verantwortlichkeiten. Aber das muss halt auch nicht immer Mobbing sein oder so. Es kann einfach eine Person sein, die in so einer offenen Kultur in der Organisation leben und sich so sagen, ach, die Person hat zwar diese Aufgabe erledigt und ist eigentlich verantwortlich dafür, aber ich kann das viel besser. Ich mache das jetzt mal schnell in den drei Stunden, die ich gerade kein Meeting habe und klatsche das mal allen vor und sage, hier schaut mal, ich habe das irgendwie besser gemacht als der andere. Solche Art von Ausgrenzung oder das Übergehen von anderen Menschen, einfach weil einem nicht klar ist, dass diese Person die Verantwortlichkeiten hat. Also wenn die Strukturen einfach nicht so klar sind, oder die Kultur so offen ist, dass es schon okay ist, andere zu übergehen. Das passiert halt auch. Genau und ich glaube, das ist auch ein Gedanke, den ich von Gerrit sozusagen mitgenommen habe. Die formale Struktur ist eben etwas, was in gewisser Weise eben genauso an der Ausgrenzung entgegenwirkt. Das heißt also, ich habe selber so ein Beispiel gehabt, wo ich halt für einen bestimmten Bereich als Manager halt zuständig war und irgendjemand anders hat, hat bei einer bestimmten Entscheidung mich halt übergangen. Und da ist es jetzt so, dass objektiv nachvollziehbar ist, dass das nicht in Ordnung ist, weil das ist mein Aufgabenbereich, Punkt. So. Und wenn ich das nicht habe, wenn ich also sage, wir haben flache Hierarchien und wir haben uns alle lieb und das funktioniert schon irgendwie, dann kann ich das nicht sagen. Dann ist das irgendwie nicht klar definiert. Und das bedeutet halt, diese klaren, formalen Zuständigkeiten können eben eine Ausgrenzung zumindest erstmal dafür sorgen, dass man weiß, da gibt es sie und können dem vielleicht auch versuchen, entgegenzuwirken. Und deswegen sind die halt nicht nur negativ. Also vielleicht ist das so der Punkt, wenn ich halt sage, informell und alle sind irgendwie fein damit, das ist irgendwie gut, aber wenn sich tatsächlich jemand ausgegrenzt fühlt, auch eben subjektiv emotional, dann ist das eben die Stelle, wo man mal darüber reden muss, warum das so ist und wie man das halt irgendwie fixt, weil das kann nicht akzeptabel sein. Genau, wir sind Menschen. Ja, das nächste Szenario handelt auch von Menschen um Kommunikation und Emotionen. Eine Sache noch, weil es mir eingefallen hat, als du es am Anfang gesagt hast, das hört sich an, wie irgendwann nimmt halt vielleicht diese, also ich designe halt Teams anhand der Architektur und dann nimmt halt vielleicht die informelle Kommunikation überhand. Und da ist noch ein Aspekt, den habe ich auch nicht vorgesprochen, denn mir hat da noch eingefallen ist, es könnte ein Hinweis darauf sein, dass irgendwas mit Architektur nicht stimmt, nicht? Also nicht, wenn ich sage, Organisation gleich Architektur, also Teams sind halt zuständig jeweils für Komponenten und ich stelle fest, diese Teams reden halt andauernd miteinander und haben halt ganz viele lustige Meetings, dann ist vielleicht ein, oder auch eben informelle Dinge, dann ist vielleicht eine Lösung zu sagen, okay, cool, irgendwas stimmt mit unseren Komponenten nicht und wir müssen das halt immer fixen. Genau, und da kommen wir auch zu Elfenbeintürmen. Elfenbeintürme müssen sich dessen bewusst sein, müssen hellhörig werden, um Justierungen zu machen an die Architektur, die sie da halt designt haben. Genau, guter Punkt. Genau, und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Informationen sammeln, nicht? Also herausfinden, was ist denn eigentlich, also ich fand das halt deswegen vielleicht auch ein interessanter Punkt, weil wir haben jetzt die ganze Zeit darüber, über die, ich sag mal so, soft organisatorischen Antworten darüber gesprochen, aber es kann eben auch in eine ganz andere Richtung gehen und da ist wieder irgendwie diese Frage, also das können wir anhand von dieser Papierform, die wir hier haben, nicht entscheiden. Das kann ich halt erst dann entscheiden, wenn ich halt versucht habe, mehr Informationen zu sammeln und habe bestimmte Thesen zu invalidieren. Vielleicht ist die Architektur halt auch Supi und das ist eben ein Org-Problem in erster Linie, oder eben ein Kulturproblem. Gut, gehen wir zum nächsten Szenario. Da geht es auch um Kommunikation. Genau. Ich habe, also in diesem Szenario ist es so, dass der Elfenbeid-Turm einen soliden und klaren Cloud-Migrationsweg erarbeitet hat und stellen wir uns vor, es gab eine Kommunikation des Plans und dann auf einmal tritt unerklärlicher Widerstand auf. Gefühlt irrationaler Widerstand an allen Ecken. Also es gibt ein Cloud-Migrationspfad, normalerweise sollten alle himmelhoch jauchsten sein, ja, wir gehen in die Cloud, das wird alles besser machen, aber irgendwie kommt da Widerstand und der Elfenbeid-Turm kann sich nicht erklären, woher. Hier muss halt bedacht werden, dass eine Organisation aus Menschen besteht, also Menschen mit Ängsten ihrer Macht beraubt zu werden, weil ganz Abteilungen obsolet werden, Aufgaben wegfallen, durch mehr Automatisierung oder in dem andere, in dem zum Beispiel das Rechenzentrum aufgelöst wird oder ähnliches. Menschen zum Beispiel, die in politischen Verflechtungen gefangen sind, die halt andere Ziele und Interessen verfolgen, die sie in Gefahr sehen. Und im Fall der Cloud-Migration zum Beispiel kann es halt auch sein, dass es gibt halt eine historisch gewachsene konservative Kultur und es kann halt ein Hindernis sein, denn diese Kultur setzt eher so auf Sicherheit und Stabilität und wenn wir alle in die Cloud gehen, dann heißt es, wir müssen auch in der Organisation mehr flexibel sein und es geht halt auch um Fluidität und wie Gregor Hope so schön sagt, die Cloud-Migration ist halt ein Lifestyle-Change und Lifestyle heißt, Menschen müssen sich ändern und das ist so ein kultureller Aspekt. Die Aussage in diesem Szenario ist also, dass der Elfenbeinturm sich seiner exotischen Ansichten auch gar nicht bewusst ist und es gibt da also so eine Filterbubble, die durch die Isolation im Elfenbeinturm zustande kommt. Wir haben ja schon darüber gesprochen, Kommunikation, nachfragen, was das Problem ist, ne? Ja, genau, wobei, also was ich halt lustig fand, als ich halt diese Folie gesehen habe, ist diese Kombination aus unerklärlicher Widerstand auf der einen Seite und Angst auf der anderen Seite, die du ja gerade eben auch nochmal illustriert hast, also wenn man nicht sagt, dass Jobs bedroht sind, im Sinne von nicht, also möglicherweise habe ich eben diesen Job nicht mehr, naja, vielleicht habe ich zumindest diese Aufgabe nicht mehr und wie soll ich sagen, also wenn eine Fraktion das unerklärlich nennt, dann würde ich halt behaupten, das ist ein Empathiemangel. Also wenn man halt sagt, ihr habt irgendwie 20 Jahre so gearbeitet und jetzt sagen wir halt irgendwie, nee, das läuft irgendwie anders und wenn ich dann in einer Umgebung bin, wo das Unternehmen nicht emotional nachvollziehbar macht, dass die Leute trotzdem noch einen Job haben werden, dann haben die Leute halt Stress und Angst. Wow, Überraschung. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die, also da ist unerklärlich ein komisches Adjektiv. und das ist, die Frage ist allerdings, was ich tun kann, nicht? Also die Frage ist, was können wir jetzt tun, um die Situation zu lösen? Und ich persönlich als externe Person kann, glaube ich, auf keinen Fall irgendwelchen Leuten die Angst nehmen, dass sie halt irgendwie, dass ihr Job und ihre Aufgabe sich halt ändern wird. Das müsste halt, wenn das Unternehmen irgendwie schaffen und ich bin mir auch nicht sicher, wie man das genau hinbekommt. Und das andere, was ich halt interessant fand, war, ich glaube, das war bei der Vorbesprechung ein bisschen bitter drauf gekommen, dass das, also zumindest für mich, für uns, ist das eigentlich das Typische. Also ich wäre überrascht, wenn man irgendwo hinkommt und sagt, wir machen jetzt Microservice, irgendeine neue Technologie. also auch damals, nicht im letzten Jahrtausend, als es irgendwie um Java ging, auch damals war irgendwie das Thema, es gibt halt irgendwie was Neues und das führt zu Widerständen. Das ist immer so. Und das scheint jetzt erstmal schwer lösbar zu sein. Ich glaube trotzdem, dass es da so eine Art Kochrezept gibt und für mich wäre halt das Kochrezept zu sagen, wir müssen halt ein Set von Willigen haben, die also sagen, das ist super, das wollte ich schon immer mal machen, cool, endlich, schön, dass wir das tun. Das ist halt das Objekt, das sind halt die idealen Kandidaten dafür. Die zusammensetzen, dafür sorgen, dass die einen Erfolg produzieren, wo die Chancen halt nicht schlecht sind, weil die sind halt zumindest irgendwie motiviert und wollen was und nicht das, was wir wollen oder was da irgendwie neu ist, sollte ja auch hoffentlich überlegen sein. Das heißt also, es wird hoffentlich ein Erfolg und dann sollte, ist halt die Hoffnung, dass sie von dort aus der Erfolg weiter ausbreitet. Ich würde auf keinen Fall Zeit mit Defetisten verbringen, die halt sagen, das bringt sowieso nichts und macht keinen Sinn. Und ich, ja. Also du sprichst ja von Pioneer-Teams und Pioneer-Teams, die haben auch eine andere Glaubwürdigkeit unter den Entwicklungsteams. Pioneer-Teams sind halt auch Entwicklungsteams, die halt, wie du gesagt hast, die Expertise haben und willig sind. Das heißt, es muss freiwillig sein. Wir müssen das freiwillig machen und wir müssen die Zeit bekommen, das zu machen. Und ich finde, das Gute an Pioneer-Teams ist, dass sie halt auch Entwicklungsteams sind. Dann können sie also sozusagen indirekt werben für dieses Konzept oder für die Cloud-Migration und vielleicht halten sie irgendwie mal einen Vortrag bei einer internen Konferenz und berichten dann über die Vor- und Nachteile. Ich finde es aber auch wichtig, auch zuzulassen, dass sie über die Nachteile sprechen, weil daher kommt auch die Transparenz und Glaubwürdigkeit. Und dann können sich andere Entwicklungsteams dann denken, ja okay, die schaffen das auch. Es läuft bei denen. Die Vorteile wollen wir auch haben. Aber es muss halt auch Transparenz sein, dass es halt auch Probleme geben kann, die aber gefixt werden, weil das Pioneer-Team hat es ja gefunden. Also wir werden uns darum kümmern, dass die anderen Teams diese Probleme nicht haben werden. Genau. Und also die andere Sache, die ich mir noch aufgeschrieben habe, ist, es wird niemals eine breite Unterstützung geben. Also ich würde immer erwarten, dass ich eine Minderheit habe, die das machen will und eine breite Mehrheit, der es egal ist und irgendwie eine Minderheit, die es halt blockiert. Verschiedene Sachen tatsächlich im Chat. Also Julian hat gerade gesagt, auf YouTube und wichtig toxische Mitarbeiter erstmal raushalten, exakt. Das ist halt das, also ich würde Leute raussuchen, du hast es ja gerade mit der Freiwilligkeit gesagt, das impliziert halt, dass man die Leute halt, also das finde ich, ist ein gutes Selektionskriterium tatsächlich, weil das eben wie Leute sind, die halt motiviert sind und das wäre für mich halt total wichtig. Auch vielleicht, also ehrlich gesagt, würde ich das höher priorisieren als eine objektive Qualifikation, weil die kann man irgendwie lernen. und genau, der Jan Materne auf Slack hat gesagt, nicht nur der Erfolg sollte bekannt gemacht werden, sondern auch der Spaß. Also im Prinzip ja, ich bin mir nicht sicher, es ist vielleicht eine Zielgruppengeschichte, nicht? Also ich bin mir nicht sicher, wie das ankommt, gerade in einer konservativen Kultur, wo man halt sagt, oder eine Kultur, wo man sagt, wir sind hier richtige EntwicklerInnen, wir arbeiten hier richtig hart und man sagt dann, aber das hier macht Spaß. Also bin ich mir nicht so, also ja, kann hilfreich sein, bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen würde und es ist auch die Frage, wo, nicht? Also es ist anders, wenn ich das halt an einer Kraftmaschine erzähle, als wenn ich mich irgendwie in der Präsentation vom Vorstand mache, nicht? Also das, und eben auch abhängig von der Firmenkultur. Also es muss ja nicht unbedingt so sein, dass der Vorstand halt hellhörig wird, wenn irgendjemand Spaß hat, ähm, dann haben wir das glaube ich soweit, nicht? Ja, haben wir. Das nächste Szenario hat etwas mit der Wertschöpfungskette zu tun. Also, das passiert vielleicht gerade jetzt häufiger, hat auch ein bisschen was mit Cloud zu tun. Stellen wir uns vor, der F-Mann-Turm hat ein neues glänzendes Spielzeug, eine Self-Service-Plattform, cloudbasiert, ne, und fokussiert sich halt vollständig auf dieses neue glänzende Spielzeug und vergisst aber dabei, dass halt viele drängende Probleme weiter vorne in der Produktwertschöpfungskette passieren, äh, auf die sie gar nicht mehr Acht geben, ne? Ja, hier, also hier kann eigentlich also beliebiges stehen, ich hab mir so ein paar, so ein paar Beispiele genannt, ne? Das Reliaments-Engineering bekommt weniger Beachtung von den Architektinnen, gibt keine richtige Definition of Done für die Konzepte, die gerade erarbeitet werden, ähm, die, die Build-Pipelines, die Teams sind, äh, unvollständig, automatisiert, Standards werden nicht eingehalten, halt überall ploppen halt Probleme auf, die halt sonst immer im Tagesgeschäft, äh, abgearbeitet werden, aber dieses neue glänzende Spielzeug führt dazu, dass die Produktarchitektur einfach vernachlässigt wird, ne? Weil der Fokus eben auf der Plattform liegt. Und ich bin da selbst, ich bin da selbst, also ich muss mich da selbst an die eigene Nase fassen, ich liebe Self-Service-Plattformen, ich liebe es, darüber zu reden, und, aber es gibt meistens viel wichtige Dinge, und wenn ich einen, und wenn ich, äh, Reviews mache in Unternehmen, ähm, und sie wollen so eine Self-Service-Plattform haben, und sie wollen in die Cloud gehen, dann passiert das halt häufig, da ich sage, Leute, ich glaube, ihr müsst euch mal, ähm, mit euren Build-Pipelines zuerst auseinandersetzen, danach kommt das neue Spielzeug, aber zuerst müssen die Entwicklungsteams das schaffen, äh, ja, ihr Produkt einfach zu entwickeln, ne. Ja, also das, die Aussage in diesem Szenario ist, der Elfmann-Turm verliebt sich in Technik, und der eigentliche Wertschöpfungsprozess wird vernachlässigt. Mhm. Und, ähm, ich musste gerade an die, an die Episode hier denken, mit dem, ähm, mit, mit Tobi, die wir vor einiger Zeit gemacht haben, ähm, wo es halt darum ging, dass man halt, äh, Systeme halt auch mit einer, wie soll ich sagen, mit einem minimalen Set an Technologien, das man entwickeln kann, und das wäre halt zum Beispiel ein Gegenmittel, ähm, und, äh, wäre ein Gegenmittel gewesen, nicht? Also wenn man halt an dieser Stelle ist, ist es halt sozusagen schon, schon schief gegangen. Ähm, ich, ich, ich würde jetzt erstmal sagen, Architektin sollte ein Dienstleister sein für die jeweiligen Teams. Ähm, das heißt also, die Frage ist, ähm, da steht ja jetzt irgendwas mit drängende Probleme gibt es halt, und, ähm, Produktarchitektur wird vernachlässigt, und so weiter, äh, äh, und mich würde jetzt erstmal interessieren, wer das wie sieht, also, das könnte halt sein, dass die Leute, die jetzt irgendwie sagen, naja, wir machen ja mit dieser Self-Service-Plattform, äh, das Problem in gewisser Weise auch sehen, weil sie irgendwie sagen, naja, also, das wird halt nicht adaptiert, und die Leute sind nicht dankbar, nicht, das ist ja eine Möglichkeit, äh, das Problem sozusagen zu, zu, äh, benennen. Vielleicht sind es aber auch EntwicklerInnen oder Product Owner, die irgendwie sagen, naja, also, wir kriegen ja von den Architekten nichts, aber, also, ja, die Self-Service-Plattform, das hilft uns nichts. So, und da würde ich halt gerne erstmal versuchen, das subjektive Problem vielleicht aus den verschiedenen Perspektiven zu verstehen. Es gibt jetzt verschiedene Sachen, die lustigerweise, glaube ich, ähm, eher konfrontativ sind. Also, eine Möglichkeit wäre zu sagen, schlicht und einfach zu sagen, naja, wir nehmen jetzt irgendwie die ArchitektInnen und wir weisen die halt den Teams zu. Punkt. So, und, ähm, viel Spaß. Und dann kriegen die das halt in den Teams mit, was halt deren Probleme sind, und dann, äh, hat sich das halt, nicht, und damit zerstört man halt die vorhandene Organisation. Ähm, ich finde, das ist eine valide Möglichkeit. Und, nicht, also, da, da konsequent irgendwie zu sagen, okay, das war's jetzt, und man macht es irgendwie komplett anders, würde ich zum, ist halt eine Handlungsoption, muss man sich halt überlegen, und man das machen will. Und wir sind da wieder mit, bei diesem Thema mit der Unsicherheit und den Ängsten und so, hängt ein bisschen davon ab, wie die, wie die Umgebung da ist. Ähm, man könnte noch was anderes machen, das wäre halt auch so ein bisschen konfrontativ, dass man halt die ArchitektInnen sagt, was, fragt, was ist aus, was ist aus eurer Sicht das dringendste Architekturthema? So, und dann sagen die halt vielleicht Self-Service-Plattform. Dann fragt man halt die Teams und sagt, was sind aus eurer Sicht die dringendsten Architekturthemen? Und da kommt halt, nicht, also das ist ja aufgeschrieben, Bildprozess, Definition, und dann was auch immer. Nicht, wie, wie lösen wir in diesem Produkt konkret die Architektur? So, und nachdem man diese beiden Sachen gesammelt hat, in irgendwelchen Meetings, macht man halt ein gemeinsames Meeting und sagt, ähm, das sind übrigens, also wo die sich das halt gegenseitig vorstellen, dann können wir halt mal schauen, was passiert. Also die, die müssen sich dann ja irgendwie miteinander, müssen sich ja irgendwie aus, äh, damit auseinandersetzen, dass halt die Priorisierung ihrer Themen unterschiedlich ist. Und dann würde ich halt mal schauen, was, was da passiert. Eine Sache, das haben wir die ganze Zeit nicht diskutiert, das schwebt ja wohl bei einem anderen Szenario schon drin, ähm, das könnte etwas sein, was gar nicht offiziell kommuniziert ist, es gibt keine Anforderungen, es gibt nichts zu tun, es gibt keine Features zu bauen. Ähm, also steht hier nicht drin, könnte aber etwas sein, was sich ergibt, es könnte sein, dass eben, äh, nicht Product Owner sagen, das ist noch zu früh im Entwicklungsprozess und wir können auch mir nichts dazu sagen. Und dann fangen halt die Leute an und dann sagt halt irgendwie das Architektur-Team, cool, wir bauen erst mal eine Plattform, die brauchen wir auf jeden Fall. Und die Teams sagen, cool, wir machen halt erst mal einen Bildprozess, den brauchen wir auf jeden Fall. und, ähm, das finde ich extrem schwierig, aus der Situation rauszukommen, ähm, weil, also, das ist auch dieses Problem von dem, von dem Ansatz, den halt Tobi im Prinzip dargestellt hat, also der sagt halt, ich baue Anforderungen in möglichst triviale Architektur, was eben bedeutet, dass ich mich überhaupt nicht um Technik kümmere. Das impliziert aber, ich muss Anforderungen haben. und es gibt manchmal diese paradoxe Situation, dass es keine Anforderungen gibt, obwohl das ja tatsächlich paradox ist. Es gibt ein Entwicklungsteam, was eben dasteht und Geld kostet und es ist nicht klar, was es tun soll. Und, ähm, ich bin unsicher, was man machen kann. Also man kann das jetzt erst, also als Berater erinnert man halt den Vorteil, dass man es erst mal aufschreiben kann und sagen kann, nicht, das ist übrigens euer Problem. Das ist ja schon mal ein Ergebnis. Und, ähm, darüber hinaus finde ich es schwierig, weil, ähm, das eigentlich bedeutet, dass da die Organisation irgendwie dysfunktional ist und soll ich jetzt als Architekt, Architektin versuchen, das, was der PO macht, selber zu übernehmen? Ich habe das tatsächlich mal an einer Stelle getan, das war keine so ganz gute Idee. Ähm, und, ja, also das wäre halt, also da wüsste ich dann nicht, wie ich das lösen sollte. Also tatsächlich wäre das halt, glaube ich, ein schwieriges Thema. Und das kann irgendwie so ein bisschen eine Erklärung sein für ganz viel von diesem Elfenbeinzeug, also dass ich mich einfach von der Realität deswegen entkoppel, weil die Realität im Prinzip sagt, jetzt nichts zu tun. Aber, ich muss halt irgendwie, ich komme halt morgens, äh, in, ins Büro oder setze mich halt morgens vor den Rechner. Ich muss ja irgendwas tun. Also mache ich irgendwelche Dinge, die halt mit der Realität nichts zu tun haben, weil in der Realität muss halt eh keine Software produziert werden. Und das kann halt für, glaube ich, ganz viele von diesen Elfenbeintürmen der Erklärung sein. Wenn wir jetzt nochmal auf diese Self-Service-Plattform eingehen, ähm, du hast ja gesagt, man könnte immer den, den Elfenbeinturm zerschlagen, vielleicht aus vielen Gründen vielleicht auch eine gute Idee, vielleicht aus vielen Gründen eine schlechte Idee, weil man damit vorhandene Strukturen kaputt macht. Ähm, man könnte aber auch so eine, also stellen wir uns vor, es gibt halt diese Anforderungen, die Produktanforderungen und es gibt aber auch diese Self-Service-Plattformen, die dann irgendwie gemacht werden muss. Es könnte ja zum Beispiel so einfach eine Taskforce geben, ne? Es sind halt nur spezielle oder nur ein paar Architektinnen, die sich halt nur um die Plattform kümmern und der Rest muss sich dann halt um das Produkt kümmern. Eine Rotation sich da nicht für sinnvoll an, wissen wir ja selbst, Kontextwechsel. Also wenn man den Luxus hat, ein Team von Architektinnen zu haben, dann könnte man halt eine Taskforce machen, aber es sollten nicht halt alle sich nur auf einen Dinge, sich nur auf einen Dingen konzentrieren. Ja, es ist für mich, der Dienstleistungsaspekt ist für mich die ganz zentrale Sache. Also wenn die Teams sagen, die Self-Service-Plattform ist das wichtigste ever und sich irgendwelche Leute darauf konzentrieren, das halt zu liefern, dann ist alles fein. So und ich habe das tatsächlich mal in einem Projekt erlebt, da war das halt ziemlich konsequent durchgesetzt. Ich erinnere halt, dass die halt gesagt haben, wir haben halt irgendwie so ein Ding gebaut für Tracing zwischen den verschiedenen Systemen. Das haben die halt nicht angenommen. Cool, dann sind wir da einfach weiter marschiert. Also vielleicht hätten sie sich sparen können, aber das ist halt ein Dienstleistungsgedanke, dass irgendwie nicht der Gedanke gekommen wird, ihr müsst es aber benutzen. Und das ist, glaube ich, für mich halt so ein bisschen der Punkt. Der Ralf Klausnitz schreibt gerade, muss die Architekte nicht zwangsläufig einspringen, wenn die Requirements mangelhaft sind? Ja, das ist halt genau die Frage. Also will ich auch nur Product Owner werden? Und das kann man versuchen. Es kann irgendwie dazu führen, also das ist aber deswegen gefährlich, weil man halt eine andere Rolle torpediert. Also das ist im Prinzip das, was wir vorhin diskutiert haben. Also dann kann ein Product Owner irgendwie ohne Probleme sagen, hey, du machst gerade mein Thema, what? Und das ist ja genau das, was wir vorhin diskutiert haben, dass das eben in Bezug auf Ausgrenzung und klare Rollendefinition irgendwie negativ ist. Deswegen finde, also würde ich, also zumindest die Aussage, Architektin muss einspringen, würde ich nicht unterschreiben. Kann einspringen, vielleicht. Sollte auf jeden Fall kommunizieren, nicht? Also das heißt, irgendjemand wird ja über diesen beiden Personen sein und denen würde ich dann tatsächlich das kommunizieren und sagen, wir haben da halt ein Problem. Ich glaube, das muss sie auf jeden Fall. Aber es ist auf jeden Fall ein schweres Thema. Also wenn die Architektin wirklich vorankommen möchte und sieht, dass es da wirklich Probleme gibt und sie möchte auf jeden Fall helfen, dann tut sie vielleicht der Organisation keinen Gefallen, indem sie hilft, weil sie dann halt Leute übergeht. Aber es ist halt wirklich sehr schwierig, weil man möchte ja, dass die Organisation funktioniert, dass das Produkt vorankommt und ich sehe das halt auch so als sehr schwieriges Thema. Also Product Owner, die fähig sind oder Product Owner zu entwickeln, dass sie das halt sehen oder dass man es gemeinsam schafft, dass sie das schaffen, ist es schwierig. Man möchte ja vorankommen, alle miteinander. Ja, genau. Also deswegen, wie soll ich sagen, man kann es halt versuchen. Die Frage ist, was halt passiert. Also wenn Product Owner anschließend irgendwie sagt, nee, das ist eine blöde Idee, lass das mal bitte, dann ist das halt was anderes, als wenn die Person sich halt unterstützt fühlt oder so. Und das ist, das ist glaube ich irgendwie da die Abwägung. Aber diese Absolutheit stört mich halt einfach. Also einspringen muss die Person, muss die Architektin nicht, aber sie muss es auf jeden Fall kommunizieren. Ich glaube, das ist auf jeden Fall notwendig. Und da muss man halt schauen, was passiert. Und in dem konkreten Beispiel, wo sie vorhin sagte, was halt irgendwie nicht so gut gelaufen ist, hat es halt am Ende dazu geführt, dass glaube ich das Problem offensichtlich geworden ist und auch eskaliert worden ist, aber ich das Projekt verlassen habe. Ob das jetzt irgendwie der optimale Outcome war, weiß ich nicht. Also das bedeutet ja, dass zumindest irgendwie klar ist, es existiert ein Problem und irgendjemand anders wird es dann hoffentlich gelöst haben oder halt angegangen sein. Oder vielleicht habe ich ja auch mit der Bewertung des Problems halt das halt falsch gesehen. Aber es war irgendwie nicht so, dass ich die Rolle übernommen oder versucht habe, da stärker in diese Richtung zu gehen und dann hat das Problem gelöst worden ist, sondern es ist halt letztendlich ein Machtkampf, den ich halt irgendwo verloren habe. Wenn man das auf dieser Ebene sehen will, nicht, also ich bin halt eigentlich Externers, ich habe da ja nicht irgendwie eine bestimmte Macht und ob das jetzt damit dazu geführt hat, dass das Projekt dann am Ende besser gelaufen ist, weiß ich nicht genau. Ich habe auch schon gesehen, dass Architektinnen dann zu Product Ownern geworden sind, weil sie sozusagen die besseren Anforderungen gestellt haben. Das ist die Frage, sollten alle Architektinnen oder sollten alle Product Ownern auch gleichzeitig Architektinnen sein oder ein technisches Verständnis haben, um bessere Anforderungen zu entwerfen? Weiß ich nicht, ob das funktioniert? Also ich bin relativ strikt der Meinung nein, weil ich glaube, dass Technik und fachliches Wissen zwei unterschiedliche Dinge sind und im Gegenteil, also vielleicht, ja genau, das ist vielleicht so der Punkt, also ich persönlich habe so zwei Modi, glaube ich, in denen ich halt arbeite und das eine ist halt, ich versuche die Fachlichkeit zu verstehen und das andere ist, ich versuche es zu lösen und das sind zwei Sachen, die ich tatsächlich getrennt mache. Das heißt, wenn ich halt nicht Product Owner idealerweise verstehen, sehr detailliert, warum in der Domäne irgendetwas so gemacht wird und genauso und was das Ziel ist und warum das halt irgendwie wichtig ist, wir haben eben Architektinnen das umsetzen können und ich meine, wenn es jetzt für irgendjemanden funktioniert, beide Rollen zu spielen, fein nicht, also alles, was halt funktioniert, ist halt irgendwie erstmal fein, aber ich finde es, du hattest ja gesagt, sollten Architektinnen nicht technisches Verständnis haben, das kann halt... Du meinst POs, sollten sie technisches Verständnis haben, Ja, sorry, genau, also Architektinnen sollten technisches Verständnis haben, aber nicht. Genau. Bei POs finde ich das nicht zwingend, im Gegenteil, weil das kann dann wieder dazu führen, dass die halt sagen, übrigens, das löst man doch so. Ja, ja, das passiert halt auch, auf jeden Fall. Und das ist potenziell kontraproduktiv, weil das wieder dann eine andere Rolle hat überlebt. Ja. Gut, ich fand das Gespräch sehr, sehr interessant. Ja, ich fand es auch super. Wir sind auch ein wenig über die Zeit rüber. Vielen Dank erstmal. Noch irgendwelche abschließenden Worte sonst? Eigentlich nicht, ich fand es schon sehr gut. Genau, ich bin eigentlich auch sehr zufrieden. Vielen Dank. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder und ich plane eigentlich sowas von einer Extreme Programming Retrospektive. Also nicht, das ist irgendwie so ein Entwicklungsvorgehen, was sich im ausgehenden 20. Jahrhundert entwickelt hat. Und ja, bin mal gespannt, was da rauskommt. Dann würde ich sagen, vielen Dank und schönes Wochenende und bis dann. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.